UNTERTITELUNG Nein Als sie mich zum Lockvogel gemacht haben, wurde es zu meiner Operation Ich kommuniziere mit einem Dutzend aktiver Triebtäter Schließlich hatten wir einen waschechten Serienkeller Ich habe da drin eine 20-jährige Frau mit sechsfachem Schädelbrochen Die Bisswunden, sie passen zu den anderen Du hättest gestern draufgehen können Meine Mädchen ist verschwunden Bei einem Truckstopper Pensacola irgendwann letzte Nacht Warte, halt mal da an, wer ist das? Setz dich auf Auf die Arme und Beine Ich glaub dein Kerl kommt Wer war das? Er wollte eins meiner Mädchen fesseln Er hat einen Blitz auf seinem Truck Genau in diesem Moment tut er es wieder Ich mach ein neues Treffen aus Sind sie sicher? So ein hübsches Gesicht würde ich doch niemals vergessen Cheers Lombardo? Fuck! Es gibt einen Haufen Ärger Hallo, ist jemand hier? Ich will, dass du alles tust, um zu fliehen Wo ist sie, Verdammt? Jeder weiß, dass sie allein leben Ich will nur mal kurz nach dem Rechten sein Wenn ich bleibe, gehe ich da mit Dingen drauf Wir feiern eine kleine Party Aber keine Sorge, wir haben genug Zeit füreinander Ich bin einiger Mal bei dir! Ich will nicht, dass du nichts machst Du wirst sie sicher ist! Ja genau so!